Oh, lecker! Eierschwammerl! Mmm, Topfenkuchen! Mmm, lecker! Bobiedelknödel! Na, kennt ihr diese Schmankerl? Hä? Wenn ihr gerade kein Wort verstanden habt, dann keine Sorge, damit seid ihr sicher nicht alleine, denn das sind Begriffe, die wir besonders in Süddeutschland und Österreich verwenden. Also, wenn ihr gespannt seid, was die Begriffe, die wir eben verwendet haben, bedeuten, dann bleibt dran. Starten wir mit Schmankerl. Mit Schmankerl meinen wir ganz einfach Leckerbissen, Leckereien oder Köstlichkeiten. Meistens verwenden wir den Begriff Schmankerl für etwas, das wir nicht jeden Tag essen oder trinken und vielleicht sogar sehr aufwendig ist, herzustellen und somit zu etwas Besonderem wird. Und natürlich unglaublich lecker schmeckt. Also zum Beispiel, das Restaurant hat wirklich leckere Schmankerl auf der Karte. Oder, ich liebe Sachertorte. Sie ist ein echtes Schmankerl. Übrigens, Schmankerl können wir auch in anderen Kontexten verwenden, wie zum Beispiel in der Musik. Wenn mir ein Lied besonders gut gefällt, könnte ich auch sagen, das ist ein musikalisches Schmankerl. Gut, jetzt wissen wir, was Schmankerl sind. Aber schauen wir noch einmal zurück auf die Wörter vom Anfang. Was sind denn bitte Eierschwammerl? Eierschwammerl, das ist die typische Bezeichnung, die wir immer anstatt der Bezeichnung Pfifferlinge verwenden. Als wir noch Kinder waren, haben wir den Begriff Pfifferlinge gar nicht gekannt, weil wir einfach mit dem Wort Eierschwammerl aufgewachsen sind. Der Begriff Schwammerl kann auch ganz allgemein für Pilze verwendet werden. Also, ich habe heute Schwammerl gegessen oder ich habe heute Schwammerl gegessen im Dialekt. Heißt ganz einfach, ich habe heute Pilze gegessen. Unser zweites Wort vom Intro ist Topfen. Habt ihr Topfen schon einmal gehört? Topfen verwenden wir für Quark. Quark dagegen sagen wir nie. Und ein Topfenkuchen ist somit ganz einfach ein Quarkkuchen. Übrigens, den Begriff Topfen verwenden wir auch in einem anderen Zusammenhang. Zum Beispiel könnte ich sagen, ma, du redest aber heit an Dupfen schon. Das bedeutet so viel wie, du redest heute wirklich viel Unsinn. Unser drittes Beispiel vom Intro, das waren die Bovidelknödel. Die Bovidelknödel sind auch ein leckeres Schmankerl. Und zwar sind das ganz einfach Klöße, die mit Pflaumenmus gefüllt sind. Knödel sind also Klöße. Knödel sagen wir vor allem im bayerischen Raum und in Österreich. Und Knödel können natürlich auch mit anderen Dingen gefüllt sein, nicht nur mit Bovidel, also Pflaumenmus. Das können zum Beispiel Erzbeerknödel sein oder Marillenknödel. Und man kann Knödel auch salzig zubereiten. Wenn Knödel salzig gegessen werden, dann sind sie oft gar nicht gefüllt. Aber sie können zum Beispiel auch mit Faschierten gefüllt sein. Faschiertes. Faschiertes, das ist gehacktes, also gehacktes Fleisch. Also Hackfleisch. Zum Beispiel, ich kaufe Faschiertes. Oder ich esse Knödel mit Faschierten. So, das waren unsere drei Schmankerl vom Intro. Jetzt möchten wir euch aber noch weitere Wörter vorstellen, die wir anstatt des standarddeutschen Ausdrucks verwenden. Schaut her. Was ist das? Hättet ihr dazu jetzt Möhre gesagt? Stimmt, wir verwenden Möhre aber nie. Wir sagen stattdessen Karotte. Ich liebe Gemüse. Vor allem esse ich gern Karotten. Und wie sagt ihr dazu? Die Schlagsahne kennt ihr sicher. Aber habt ihr auch schon einmal Leute gehört, die Schlagobers sagen? Wir tun das auf alle Fälle. Übrigens, laut Duden müsste es das Schlagobers heißen. Wir sind aber mit dem Männlichen der Schlagobers aufgewachsen. Zum Beispiel könnte man sagen, möchtest du Schlagobers zu deinem Kuchen? Das ist ein Ei. Das wisst ihr sicher. Aber wie sagen wir zur Flüssigkeit, die eine transparente weißliche Farbe hat? Die meisten von euch sagen jetzt sicher Eiweiß, oder? Das ist zwar sehr ähnlich, aber wir sagen dazu immer Eiklar. Zum Beispiel für den Teig brauche ich drei Eiklar und zwei Dotter. Und apropos Teig. Wenn wir einen Teig ausrollen möchten, dann brauchen wir dazu ein ganz bestimmtes Küchenutensil. Wisst ihr, wie wir dazu sagen? Wir sagen dazu Nudelwalka oder im Dialekt Nudelwojka. Ihr kennt das vielleicht unter Nudelholz oder Teigrolle. Schreibt uns gern unten in die Kommentare, wie ihr zu diesem Küchenutensil sagt. Und kennt ihr das? Genau, das ist der Meerrettich. Meerrettich sagen wir persönlich aber nie, sondern für uns ist das der Krän. Puh, das ist aber ein scharfer Krän. Na, welches unserer Schmankerl von heute würdet ihr jetzt gern ausprobieren? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt, was euer Lieblingsschmankerl ist. Und damit sagen wir wieder vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, wie immer, nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen. Doppelt so viel Spaß.